Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Portal 2. So, letztes Mal. Der nächste Test wurde von einem der Nobelpreisgewinner von Aperture erstellt. Haben wir weiter gemacht? So, endlich mal. Ich weiß nicht wofür der Preis war. Jedenfalls nicht für Immunität gegen Nervengift. Verstehe. Was ist das jetzt wieder für ein Level? Nicht gegen Immunität, wir gegen Nervengift. Danke, liebe Aufmerksamkeit. Wie machen wir das jetzt? Da kann man einen hin tun und da kann man einen hin tun. Ich hab da so ne Idee. Wie machen wir das jetzt? Aha, dann nehmen wir den hier hin. So, tun wir ihn da hin. Ist er richtig platziert? Ja. Geht's da hin. Schön. Ich wette du denkst, ich habe deine Überraschung vergessen. Falsch. Wir gehen direkt darauf zu. Nach all den Jahren. Bei den Gedanken kommen mir die Tränen. Wir gehen jetzt nach unten. So. Gestern habe ich übrigens die Aufnahmen für den News of Fasa gemacht. Und ja. Die Überraschung. Überraschungsparty. Überraschung in 3, 2, 1. Ich hab gelogen. Überraschung. Ach komm, falls es dich glücklicher macht. Sie haben dich als Baby verstoßen. Also glaube ich kaum, dass sie dich sehen wollen würden. Also. War das die Überraschung? Also ich mochte sie. Also geht's im Ernst. Ich fand die Überraschung ziemlich geil. Für die Verhältnisse hier. Hilfe. 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 Okay. Ach komm schon. Oh. So. 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 Wie komme ich an diesen Ding da ran? Hm? Da. Hier. Suchen wir es jetzt. Schön. Jetzt müssen wir nur noch hinkriegen, dass wir irgendwie dorthin kommen. Das war aus Versehen. Das wäre das Dümmste, was ich hier gemacht hätte, hätte ich das jetzt wirklich gemacht. Um die Wahrheit zusammen, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich mache es so, da, da, dann kann ich da nach hinten, dann mache ich ein Potenzial. Ich glaube, dass das nicht klappen würde. Wir müssen irgendwie dieses kleine Ding da loswerden. Ich weiß einfach nicht, wie wir das machen sollen. Ah ne. Das ist ne gute Entscheidung, war keine Ahnung. Das ist nicht schlecht. Kein Bock. Ich glaube, wie soll man das machen? Jetzt im Ernst. Ich habe ne Idee. Ob das klappen wird, weil meine Ideen sind ja meist zu erfolgreich. Schieß doch nicht direkt auf mich. Da. 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 Ich habe ein komisches Gefühl wegen der Überraschung. Wir sollten besser deine Eltern anrufen. Bist ihr da sicher? Die Eltern, die sie anrufen möchten, leben sie nicht. Legen sie auf. Traurig, aber eindrucksvoll. Vielleicht waren sie Mitarbeiter der Telefongesellschaft. Hey, wie geht's? Ich habe mich wieder in die alte Nanobot-Riege eingeschleust, die den Schaf neu aufbaut. Die sind winzig klein, darum... Oh, ich weiß, Jerry. Nein, ich mache gerade Pause, Kumpel. Pause. Halte durch, nur noch fünf. Was, Jerry? Du kannst mich deswegen nicht feuern. Jerry, wenn deine Leute nicht so engstirnig wären, würden sie auch einen Nanobot von meiner Größe akzeptieren. Intolerantes Park. Wir sehen uns vor Gericht wieder. Und du? Halte durch. Noch fünf Kammern. Okay. Was? Nur noch fünf Kammern. Du kennst doch die alte Formel. Nein. Komödie ist Tragödie plus Zeit. Egal. Und du hast ewig lange geschlafen. Also ist es sogar ziemlich komisch, wenn du es ausrechnest. Nein. Gute nicht. Nein, komm schon. Jetzt erscheint mir alles viel logischer. Komm schon. Das tut mir jetzt nicht an. Die nächsten sieben Folgen werden wir jetzt wahrscheinlich in diesem Level sitzen. Weil bevor ich mit dem letzten Level angefangen habe, habe ich das Spiel schon gespielt gehabt. Ein paar Monate zuvor. Und es ist halt so, dass das Level wohl stecken geblieben bin. Wenn ich schon nicht mehr weiterkomme, also. Viel Spaß in den nächsten zehn bis hundert Folgen. Ich vermisse meine Füße. Ich finde es noch lustig, wie all diese Wirfchen die Figuren ohne Füße überleben können. Auf diese Idee bin ich jetzt auch noch nie gekommen. Das liegt vielleicht daran, dass ich unfähig bin. Okay, so krass nach vorne hüpfen kann sie. Also doch nicht. Ich muss eben, wie wir drauf kommen. Fuck. 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 Ok, ich kapier's nicht. Aha, so. Ja. Das war eindeutig die falsche Wund. Ich bin nicht da hin. Etwas. Nein, das ist ja noch oben. Ach, komm schon. Okay. 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 Schön. So. Wollen wir dort hin. Das holen wir uns zurück. Auf den anderen hab ich keine Ahnung, wie wir den holen sollen. Ich hab auch keine Ahnung, wie wir dort hin kommen sollen. So, dort sind wir auch hin. Wieder ausprobieren. Schön. Vielleicht. Komm schon. Jetzt haben wir langsam den Trier. Ha! Nützt mir aber nichts, weil ich keinen Würfel hab. Ja. 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 Ich hab den. Ne, die sind immer gut. Ja. Weiter nach oben. Weiter nach oben. Ja. 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 Ja, ich hab den. Ja. Ja. Ja, ich hab den. Ja. Ja, ja. Richtig. Nützt das was? Nein. Wirklich nicht. Wieso? Vielleicht, wo würde ich das hier machen? Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Nein. Das ist doch Betrug. Nein, ich verstehe nicht, aber ich verstehe nicht. So. Jetzt aber. Yes. Okay. Okay, 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 okay. So lässt man die Scheiße aus. Wow. Ich hab dafür nicht mehr als... Ich hab zehn Minuten gebraucht. Was? Noch einer über... Warum? Komm schon, warum? Ja. Gut, das ist nett. So. Ich liebe es, wenn ich da arbeite. Ich liebe es. Ich bin du... Ich habe über unsere Situation nachgedacht und die optimale Lösung für einen von uns gefunden. Ehrlich. Aber... Wo ich auf die Zeit sehe, sag ich... Bevor wir ins nächste Level gehen... Sag ich euch, legt die Gamepads nieder. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.